Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker, oh mein Gott, ganz viele Gegner mit Flügeln. Und auf jeden Fall, heute werde ich wieder ein paar Eura-Level spielen, wo ich mich schon richtig drauf freue. Ich habe wieder meinen schlauen Zettel neben mir mit den ganzen Nintendo-IDs von euch. Ich will, nee, ich will spielen, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben, nein, ich bin gestorben. Egal. Auf jeden Fall, diesmal werde ich auch das ganze Zwischengedöns rausschneiden, wo ich die IDs eingebe und mich vertippe wahrscheinlich und sie nochmal eingeben muss und so weiter und so fort. Und, dass das alles ein bisschen schneller und flüssiger geht, deswegen gebe ich jetzt gleich mal die erste ein. Und zwar ist das von Let's Larry ein Level und das spielen wir jetzt mal schnell. So, Choose Your Enemy dürfen wir spielen, okay, ich bin schon gespannt. Abschlussrate ist 23%, also scheint gar nicht mal so schwierig zu sein. Aber Choose Your Enemy, hört sich interessant an, ich darf mir meinen Gegner aussuchen. Hm, was genau hat es damit auf sich? Wir werden es herausfinden. Und zwar jetzt. So, wir können entweder gleich mal am Anfang nach rechts oder nach unten gehen. Ich gehe erstmal nach rechts und schaue mal, was da so auf mich wartet. Ich habe offenbar ganz viele Para-Coopers und auch Para-Knochentropen gewählt. Und jetzt kommt hier ein kleiner Battle-Room, okay, wo wir alle töten können. Ja, den können wir nicht töten, aber zumindest umwerfen. Und ich habe hier wieder zwei Wege, ja, das ist cool. Okay, man hat viele verschiedene Wege, um sich Gegner aussuchen. Ich gehe erstmal nur den oberen Weg. Ich werde das Level dann vielleicht sogar danach nochmal spielen und dann nur den unteren Weg gehen, so dass wir jeden Einzelnen sehen können. Ist da irgendwo eine Lücke? Ja, danke schön. Ich dachte mir schon, ohne eine Lücke wäre das ein bisschen schwierig. Wird bestimmt auch gehen, dass wir gerade so sich durchzupratchen, aber ist da mit Lücke doch deutlich machbarer. Okay, also hier habe ich einen riesengroßen Puru-Kreis mir ausgesucht und hier sind gleich Wiggler. Tausende. Ich finde es auch sehr cool, dass immer der Sound-Effekt kommt, wenn man in einen neuen Kampfraum kommt. Jetzt habe ich sogar hier viele Wege. Ich gehe aber trotzdem in den oberen, dass wir die anderen immer sehen können, da das ist minimal gefährlich. Aber auch nur minimal. Die fallen nach unten. Oh Gott, warum fallen die nach unten? Hilfe! Nein, du bist... Oh Gott, jetzt muss ich hier ein bisschen... Nein, aber du kommst wieder zurück. Ja, komm. Was soll ich da jetzt machen? Da unten ist Bowser und wir sind da. Okay. Oder du ich wohl eher. Okay. Ist eine coole Idee. Ist eine sehr coole Idee auf jeden Fall. Und hat mir auch ansonsten vom Design her gefallen. Wie gesagt, auch das mit den Sound-Effekten war cool und die ganz verschiedenen Gegner-Arten, die da auf einen gewartet haben. Tolle Idee. Und das werde ich sogar gleich nochmal spielen. Ich werde es vielleicht manchmal machen, wie jetzt eben hier auch, dass ich Level sogar zweimal spielen werde, obwohl ich sie schon abgeschlossen habe. Ähm, ich gebe meinen Stern erstmal, denn das war cool. Ich will eigentlich gar nicht beenden. Ich will eigentlich nochmal spielen. Wie kann ich denn nochmal spielen? Ich glaube, ich muss erst auf beenden und jetzt kann ich auf nochmal spielen gehen. Oder? Äh, kann ich. Genau, ich werde nochmal spielen. Wie gesagt, das werde ich nicht so häufig machen. Aber wenn ich halt das Gefühl habe, dass ich in einem Level irgendwie alles übersprungen habe, so ungefähr, ähm, und ich neugierig bin und ich auch noch mehr von dem Level sehen will, was hier der Fall ist, dann werde ich auch noch die anderen Wege erkunden, die man hier gehen kann. Zum Beispiel hier mit Goombas. Okay. Ich habe es noch nicht betreten. So, jetzt kommt er. Haha. Und sterbt alle. Mit Feuerblume ist denn die relativ einfach zu besiegen. Ist auch sehr schön, dass bei ihm es offenbar auch sozusagen scheint, wie ich das auch gerne zu tun pflege, dass die Gegner von Raum zu Raum schwieriger werden. Denn am Anfang kamen jetzt Goombas und oben, ich weiß nicht mehr, was oben war. Aber ich glaube, da waren auch ziemlich schwachige Gegner. Genau, da waren die Parakubas und Paraknochentrocken. Die konnten jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt. Und, ähm, was ist hier? Bob-Omb? Aber ne, ich gehe den ganz unteren Weg. Und das ist auch sehr schön, dass die Gegner wohl zum Ende hin immer schwieriger werden. Hier ist jetzt schon ein Sumo-Bruder und ich muss mit Bob-Ombs dann wieder den Weg freibomben. Was gar nicht so einfach ist. Also, er scheint wirklich schwieriger zu werden, aber es gefällt mir. So. Ich hätte den Bob-Omb zudem tragen lassen können und dann mit dem Bob-Omb töten können. Das wäre cool gewesen. Jetzt wird es aber ein bisschen eng hier. Die fallen da auch alle runter wieder. Nein! Ach Gott, das stimmt. Die Bob-Ombs können ja da durchkommen. Verdammt nochmal. Guck mal, die Blume her. Oh Gott. Ähm, was tue ich hier? Hilfe. Da kommen dann endlich viele Bob-Ombs. Die machen mir den Boden kaputt. Nein, die haben den Boden kaputt gemacht. Seht ihr das? Die haben mir den Boden kaputt gemacht. Wie komme ich jetzt hier nach oben wieder? Gar nicht mehr, oder wie? Manchmal am besten klein. Achso, der Block ist auch kaputt. Okay. Das ist doof, dass die den Boden kaputt machen können. Ach man, ey. Ja, nee, gut, dann lassen wir es. Dann haben wir jetzt ja fast alles gesehen, weil danach kommt, glaube ich, schon Bowser. Und dann war es das eh schon. Aber auf jeden Fall ein cooles Level. Hat mir gefallen. Das wird dem... Vielleicht soll es so noch... Ich will auch immer ganz gerne ein paar Tipps geben. Die Blöcke eins weiter nach unten setzen, dass man sich die Blume holen kann, ohne sich durchquetschen zu müssen. Und darauf aufpassen, dass die Bob-Ombs nicht den Boden kaputt machen können, weil das ist auch ein bisschen ärgerlich. Waren das überhaupt die Bob-Ombs? Oder war das Bowser überhaupt? Hab ich gar nicht mitbekommen. Auf jeden Fall, irgendwie ist der Boden kaputt gegangen. Und das vielleicht nicht ganz so toll. Aber ansonsten ein richtig cooles Level. Und auch eine total tolle Idee, wie ich finde. Super. Okay, dann spielen wir gleich das nächste. Und zwar spielen wir als nächstes eins von... Von wem denn? Warte mal. Habe ich von dem schon eins gespielt? Habe ich das sogar schon. Stimmt, das habe ich vergessen durchzustreiten, glaube ich. Dann spielen wir eins von... Von wem denn? Von Tobias Horn spielen wir gleich eins. So, und zwar... Wow, ernsthaft. Und zwar das Level Troll. Ja, das... Ich bin gespannt. Ich glaube, das war sein erstes Level, das er gebaut hat. Er hat mir auch schon, glaube ich, weitere Level-IDs geschickt. Ich werde dann mal noch ein anderes Level von ihm auch spielen. Falls das wirklich nur ein Troll werden soll, dieses Level. Ich hoffe es ja nicht. Wir schauen mal. Da ist auf jeden Fall viel los wieder. Ach, du grüne Neune. Lass mich mal in Ruhe, Bowser Jr. Ich will einfach nur durch hier. Unten sind Stacheln, aber auch ein Stern. Ich gehe mal oben rum. Da kommt wieder Bowser Jr. Hilfe. Und Kamek. Einfach so. Da ist eine Tür, die fail ist. Komme ich hier irgendwo durch? Ja, da ist ein Stern. Gib her. Gib her. Okay, da war ein Soundeffekt gerade von ihm, aber... Ja, wo muss ich jetzt hin? Kann ich jetzt mit dem Stern oben rumgehen dann, oder wie? Ja, vielleicht muss ich mit dem Stern jetzt oben rumgehen, in dem ich schnell genug bin. So, komme ich da drüber? Ja, komme ich. Und ich springe einfach mal ins Ziel, wenn es da hinten irgendwo ist. Nein! Ist es nicht. Verdammt. Okay. Ja, das ist manchmal gar keine schlechte Idee eigentlich, finde ich, wenn man sehr weit oben ist in dem... Was? Ich wollte nicht den Powerblock nehmen. Wenn man sehr weit oben ist in dem Level, dass man dann... Vor allem, wenn man einen Stern auch noch hat, dann ist man ja nochmal schneller. Dass man dann einfach nach vorne rennt und nach vorne springt, auch versucht möglichst weit zu springen. Und dadurch es irgendwie vielleicht sogar zu schaffen, das Level komplett zu überspringen. Das kann wirklich oftmals funktionieren. Und hätte jetzt gerade eben sogar auch... Fast funktioniert aber halt nicht ganz. Mann, ich wollte keinen... Ach, dieser Wirbelwandschung, der ist echt nervig hier irgendwie. Dann haben wir den ganz anders gemacht. Na, egal. So, jetzt nochmal. Stern holen. Nach oben. Und dann aber gleich einen anderen Weg einschlagen. Vielleicht hier vorsichtig nach unten gehen. Und schauen, wo ich hinkomme. Äh, hier hin. Okay, und hier muss ich drauf, alles klar. Und Lakitu... Nein, das ist keine... Ich dachte, es wäre eine Lakitu-Wolke. Ich dachte, es wäre eine Lakitu-Wolke. Aber das ist nur so eine normale Wolke, so eine Plattform-Wolke. Ach, das ist doch doof. Übrigens, diese Plattform-Wolken, die gab es, glaube ich, in NSM... Warum kriege ich den Pilz eigentlich nicht? Die gab es, glaube ich, in NSMBU auch nie. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, die wurden hier quasi neu erfunden. Ich glaube, in allen anderen Spielstilen gab es die tatsächlich schon einfach so Wolken als Plattformen. Im... Aber jetzt muss ich mal kurz überlegen. Im Originalen Super Mario Bros. Ähm, gab es die ja. Bin mir ziemlich sicher in den Bonus-Arealen halt. In Super Mario Bros. 3 auch. Und ich glaube, in World auch. Also nur in... Yu gibt es die nicht. Da wurden die neu erfunden. Jetzt habe ich wieder verloren, oder? Ja, ich komme da jetzt aber nicht so wirklich hoch. Doch, ich komme hoch. Okay. Peace, which. Was macht der? Weiß ich nicht. Ich gehe mal nach oben. Aber hier ist ein Weg. So, und damit komme ich jetzt. Hier ist ein Pickelkäfer. Komm ich damit jetzt zum Ziel? Bin ich am Ziel? Bin ich am Ziel? Ich glaube, die Tür führt mich in die Stacheln. Deswegen gehe ich da jetzt nicht rein und jetzt... Oh Gott. Jetzt haben wir den Effekt da. Ja, den habe ich auch schon bemerkt. Der erinnert ein bisschen an Yoshi's Island. Ich sage nur Touch, Fuzzy, Get Dizzy für alle, die das wissen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, geschafft. Puh. War echt nicht einfach. Und ich meine, dafür, dass es ein Troll-Level vielleicht sein sollte, war es jetzt nicht so schlecht, finde ich. Weil es war ganz groß. Und hatte auch schon ein paar tolle Elemente, fand ich. Also doch, ich gebe dir sogar auch mal einen Stern. Also ich behaupte mal, dass deine anderen Level vielleicht trotzdem noch ein bisschen besser sind, die ich dann noch später mal spielen werde. Aber das war trotzdem dafür, dass das dein erstes Level war, glaube ich zumindest. Auf jeden Fall, das erste, das du mir geschickt hast, war das schon nicht schlecht. Okay. Dann spielen wir als nächstes ein Level von... Von wem denn? Von Nintendo Player, Nintendo Player als nächstes. So, genau. Mo heißt sein Mi, richtig. Und Sky-Action nennt sich das Level. Es wurde nur einmal abgeschlossen bisher. Da bin ich schon gespannt. Also es scheint groß zu sein. Und es gibt wohl Action im Himmel, denke ich jetzt mal. Ich habe schon gesehen, es geht offenbar um Clowns-Kutschen unter anderem, in denen ich wohl hin und her fliegen muss. Und andere Gegner haben aber auch Clowns-Kutschen. Und ich muss denen ausweichen und selber irgendwie überleben. Mal gucken, wie das so laufen wird. So, darf ich mal drüber rennen und den am besten mitnehmen. Als Schutz oder so, falls ich in den Gegner reinrennen sollte. Was auch gerade eben fast passiert wäre. So, da oben ist eine Ranke. Gibt es eigentlich den Glitch noch? Das will ich auch mal kurz testen. Ah, ne, den gibt es auch nicht mehr. Okay, den Glitch haben sie auch rausgenommen aus Super Mario World. Dass man Sachen wieder auffangen konnte auf Ranken, weil das sollte nämlich eigentlich gar nicht gehen. Aber es ging dann doch irgendwie in Super Mario World, aber das haben sie rausgenommen. Und hier können wir rein in die Röhre und finden... Und hier können wir in die Röhre und finden... Benny! YouTube! Sehr cool! Ein kleines Secret, das ich hier gefunden habe. Das freut mich. Sehr schön! So, wo falle ich nach unten? Ich hoffe, hier ist sicherer Boden unter mir. Das war knapp. Sowas sollte man am besten, wenn man solche Sprünge nach unten macht, am besten immer mit Münzen oder Pfeilen markieren. Dass der Spieler weiß, wo genau er nach unten fallen muss, weil hier jetzt eben schon viele Schluchten waren. Weil ansonsten kann es eben sehr einfach passieren, wenn man da nach unten springt, dass man dann einfach mal in eine Schlucht fällt und gar nicht weiß, wie einem geschieht. Deswegen am besten das immer kennzeichnen durch Münzen oder auch durch Pfeile, wenn man solche Sprünge nach unten macht. Mal ein kleiner Tipp. Wie gesagt, ich würde dir auch immer ganz gerne hier Tipps geben in diesen Videos, was ich so noch an euren Leveln verbessern würde. Wie gesagt, ist nicht böse gemeint. Ich würde euch einfach nur eine positiv, eine gut gemeinte Kritik geben, dass ihr eben noch bessere Level machen könnt. Und wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch gerne tun bei meinen Leveln, die ich... Ach, wie schlecht war das denn? Bei meinen Leveln, die ich immer in den Level-Editor-Parts baue. Ihr könnt mir auch immer gerne Kritiken natürlich in den Kommentaren dalassen, was ihr gut findet und was ihr noch verbesserungswürdig fandet. Dann werde ich das immer versuchen noch auszumerzen. Okay, wunderbar. So, hier ist viel Eis, deswegen aufpassen. Und das ist die nächste Plattform, auf die ich rauf muss. Okay, das ist auch ein ganz cooles Prinzip eigentlich, dass man hier immer auf diese Plattformen rauf muss. Wie gesagt, der kommt jetzt runter, ne? Ja, ist ja auch Sky-Action hier angesagt und wir sind jetzt auch... Also wir haben nicht wirklich eine sichere... Den habe ich nicht gesehen, verdammt. Eine sichere Plattform unter uns, sondern nur diese bewegliche da. Deswegen muss man da schon auch aufpassen. So, jetzt habe ich hier Tür, Röhre, Röhre. Ich habe Angst, das sind bestimmt Fallen, oder? Ich hoffe mal nicht. Ne? Oh Gott, okay. Ich dachte schon, ich würde sterben, aber ich kann hier einfach durchlaufen mit dem Ding. Wunderbar. Und bin jetzt über diesem einen Raum und finde hier ein paar Power-Ups offenbar. Cool. Ah, Yoshi. Wie komme ich hoch zu dir? So, komme ich hoch. Wunderbar. Und hier haben wir noch eine Blume und eine Feder. Oh, okay, da gibt es eine Feder. Cool, dann nehme ich natürlich die Feder. Jetzt haben wir Helm, Yoshi und Feder und damit sollten wir das Level jetzt schaffen können, weil das ist jetzt so ziemlich die OP-ste Kombo überhaupt. Und hier kommen wir da raus. Wunderbar. Was ist die Tür jetzt? Ich gehe mal kurz rein. Und... Nein, das ist eine Falle. Okay, ich muss jetzt Yoshi, Yoshi sein lassen. Das tut mir leid, aber die Feder ist mir eh wichtiger als Yoshi. Also wenn ich die Wahl habe zwischen Yoshi und Feder, dann... Super. Dann ist Feder eigentlich besser. Also Yoshi ist auch nicht schlecht, weil mit dem kann ich ja auch einmal abspringen und ihn halt in die Schlucht werfen, wenn ich will. Ich will es übrigens nicht mehr sterben, ne? Weil wir sind, glaube ich, schon am Ende. Geh da durch, geh da durch, schnell! Nein, 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 Hilfe! Viel zu für die Gegner, Hilfe! Okay, ich... Das Gute ist ja, dass die mich alle verfolgen. Das hat nämlich jetzt hier wirklich einen Vorteil, weil ich die jetzt alle so ein bisschen im Kreis herumlocken kann. Weil die alle jetzt ziemlich doof sind. Ich glaube, der Kamek hat gerade was kaputt gemacht. Nee, aber nicht, verdammt. Ich muss den Kamek was kaputt machen lassen. Gibt es noch nicht. Vor allem Bowser Jr. nervt natürlich, aber Bowser Jr. kann ich sogar auch benutzen, weil... Achso, Bowser Jr. hat, glaube ich, Kamek getötet. Verdammt nochmal, das ist schlecht. Ähm... Äh, was... Ah, nee, P-Switch, natürlich P-Switch. Richtig, so ist es gedacht. Okay, warte kurz, warte kurz. Jetzt kann man noch ein anderes Ding mit P-Switch, glaube ich, sogar auch, oder? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, da drin muss ich landen. Und Bowser Jr., du bist sehr im Weg. Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Ach komm, so... Ernsthaft? So knappt... Ach komm! Wirklich? Wirklich? Ach man, ich hatte... Ach komm! Da hat mir ein... Ein halber Meter oder so gefehlt. Das ist doch dumm. Ja, ja, ist okay. Jetzt können wir ein bisschen schneller durch das Level wenigstens durch, weil wir jetzt schon alles kennen. Also ich würde das Level eigentlich schon ganz gerne schaffen. Wenn ich jetzt nochmal irgendwo dumm sterbe, dann werde ich wahrscheinlich auch hier kurz schneiden und wir sehen uns dann wieder am Ende, weil wir kennen ja das Level jetzt schon. Ich hab's ja... Wir haben's ja schon komplett einmal gesehen. Aber ist auf jeden Fall auch ein cooles Level übrigens, das gefällt mir auch. Ist nämlich auch nicht einfach, vor allem das Ende, da ist ein bisschen tricky auch. Also man hat auch am Ende verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wir haben auch am Anfang gesehen, dass es sogar auch theoretisch gehen würde, wenn Borser Junior seine Panzer da dagegen wirft gegen die Blöcke, dass er mir dann... Oh, war's knapp. Dass er mir dann da den Weg frei macht und die Kettensäge ist sogar ein bisschen schneller als ich, fällt mir gerade auf. Das ist ja interessant. Dass er mir dann da den Weg frei macht und ich dann dadurch eben durchkommen kann. Das geht tatsächlich auch. Oder halt mit Kamek, aber gedacht... Scheiße. Komm her. Okay. Aber gedacht ist es natürlich eigentlich ganz klar mit, ähm, hier, mit Dingens, das mit dem P-Switch, weil damit ist es auf jeden Fall am einfachsten. Ich soll jetzt hier auf diesen einen Stachy aufpassen, der da gleich wieder runterkommen wird, denn ich will am besten nicht mit dem Bekanntschaft machen. Ich sollte mich am besten an den rechten Rand von dem Ding hinstellen, weil dann fallen die schon runter, bevor sie überhaupt die Chance haben, auf meine Plattform zu kommen. Genau. Da kann man die so ein bisschen austricksen. Ich nehme jetzt mal keine Feder und Yoshi, das kriegen wir schon hin. Aber ich vergesse den immer, den Typen da, verdammt nochmal. Oh Gott. Keinen Schaden jetzt nehmen. Keinen Schaden nehmen. Wo ist der P-Switch? Da ist noch eine Piranha-Pflanze, um Gottes Willen. Wo ist der P-Switch? Wo ist der P-Switch? Da unten. Ja, Browser Junior ist über mir, das ist schlecht, weil der wirft jetzt gleich wieder... Nein! Ach Mann, das ist doch kacke. Ja, dann schneide ich jetzt kurz, bis wir das Level geschafft haben, weil das sonst zu lange dauern würde. Ach Mann. Bis gleich. Okay, diesmal läuft es deutlich besser. Ich habe noch meine komplette Ausrüstung. Also ich habe mir wieder alles geschnappt diesmal. Helm, Cape und auch Yoshi. Ich habe alles behalten können diesmal und diesmal hat es funktioniert. Also das ist echt ärgerlich, da im ersten Versuch, wo ich da so ganz knapp an diese Kante hingesprungen bin noch, ne? Ach Mann ey, das ärgert mich. Naja, nicht so schlimm. Aber war ein cooles Level, deswegen gibt das definitiv auch einen Stern. Mann, das freut mich echt, dass ihr so tolle Level macht. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich das nicht erwartet hätte. Ich habe echt erwartet, dass manche von euch nicht ganz so gute Level bauen vielleicht und noch viel rumtesten oder so. Aber eigentlich im Prinzip alle Level, die ihr mir bisher geschickt habt, die waren echt super. Also toll, weiter so. Freut mich. So, als nächstes spielen wir ein Level von Typman2000. Und zwar nennt sich das Level Bowser Jr.'s Flying Fortress. Okay, da bin ich schon sehr gespannt. Die Abschlussrate ist sehr gering. Nur zwei Leute haben es geschafft, aber 80 schon probiert. Das wird schwierig werden, aber ich will auf jeden Fall auch dann der Dritte werden, der dieses Level schafft. Bisher habe ich ja auch noch jedes Level geschafft von euch immer und das will ich eigentlich auch schon so aufrechterhalten. Außer ihr macht so brutals schwierige. Great Level can't finish too hard. Please check out my Level. Ja, nee, das werde ich nicht tun, mein Lieber. Aber er ist offenbar zu schlecht. Okay, ein Luftschiff. Ein Luftschiff will ich, ja, das habe ich ja schon mal erzählt, will ich auch noch unbedingt eins machen, aber ein ganz normales, wo jetzt halt, also, ja, wie soll ich sagen, ansonsten will ich ja immer ganz gerne ein Level machen, die auf einem bestimmten Prinzip beruhen. Das will ich hier nicht unbedingt machen bei einem Luftschiff. Ich will einfach ein ganz normales Luftschiff machen, wo zwar schon viele Geschosse überall sind, aber... Kommt da irgendwas raus aus der Röhre? Kann ich rein? Ich kann rein, okay. Aber das halt jetzt nicht auf einem bestimmten Prinzip beruht oder sowas. Ja, natürlich. Was soll das denn? So, rüber da. Ich lasse ihn einfach in Ruhe. Also, ein Bosskampf gegen Bowser Jr., gegen einen großen Bowser Jr. Nö, nö, nö. Da habe ich keinen Bock. Tut mir leid. So. Ein weiterer Pilz. Okay, habe ich nicht mal gebraucht, weil ich so gut bin. Ja, eigentlich nicht wirklich. Und da ist jetzt ein großer Monty sogar. Okay. Ah, der ist da klein und wird dann groß, wenn er rauskommt. Das ist ja interessant. Okay. Habe ich noch nie getestet und jetzt ein Fliegender auch noch. Das habe ich noch nie getestet. Das müsste ich mal ausprobieren, was die alles für Variationen haben. Aber ich muss echt mal irgendwie an jeden Gegner mal... Warum habe ich den jetzt nicht sofort töten können? Keine Ahnung. Ich habe ja erst die Flügel, glaube ich, abgeschlagen. Auf jeden Fall, ich muss an jedem Gegner unbedingt mal noch Flügel dran packen. Und einen Pilz. Und auch noch ganz viele andere Sachen. Man kann auch noch an Schienen packen jeden Gegner. Dann die immer aufeinander stapeln. Und gucken, ob sie dann irgendwie anders reagieren. Das sind unsichtbare Blöcke. Warum das denn? Muss ich mir da einen Weg erschaffen oder wie? Mit denen. Und wieder ein Bosskampf. Ja, natürlich. Nö. Nö, 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 nö. Wie gesagt, darauf habe ich definitiv keinen Bock. So. Bin ich jetzt wieder am selben Ort eigentlich? Ich bin an einem neuen Ort, ne? Oder? Ja, ja. Bin an einem neuen Ort. Ja, okay. Passt schon alles. Und eine Clownskutsche. So, jetzt ein paar Stacheln hier. Also ich brauche jetzt offenbar auch zwingend die Clownskutsche. Ach du Kacke. Jetzt muss ich hier entlangfliegen. Und währenddessen kommen 1000 Geschosse auf einen zu. Okay. Ja, das wird auch nicht einfach. Oh Gott. Pass auf. Oh Gott. Ich muss auch echt dran denken, dass der immer so ein bisschen hin und her bounced. Noch der... Oder die Clownskutsche. Wenn ich von Wänden abpralle. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein. Nein. Was war das denn? Warum? Weil die jetzt Stacheln berührt hat oder wie? Okay. Ich muss also auch aufpassen, dass die keine Stacheln berührt oder so. Keine Ahnung. Das war jetzt gerade komisch. Bin ich jetzt hier beim Ziel dann? Äh. Nein. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte ist doch das Ziel, oder? Ich muss da oben rein. Okay. Nein. Nein. Hör auf zu nerven. Ach Gott. Ich muss den jetzt noch töten? Das ist nicht dein Ernst. Ach. Scheiße. Ach Gott. Da muss man den Bosskampf gegen Bowser Jr. schaffen, der in der Clownskutsche sitzt. Das ist schwierig. Also, der Anfang und auch der Mittelteil des Levels geht, finde ich. Der ist jetzt auch nicht einfach. Ne, das ist nicht. Aber der geht. Aber das Ende da gegen Bowser Jr., das ist echt schwierig. Das ist richtig schwierig. Ich glaube, ich werde sogar... Soll ich nochmal schneiden? Bis wir da wieder sind? Ja, ne, einen Versuch mal jetzt nochmal gemeinsam mit euch, auch wenn es ein Scrolling-Level ist, was ja ein bisschen... Ach, komm schon. Was ja ein bisschen doof in der Hinsicht ist, was halt das Schneiden angeht. Weil eigentlich sollte ich bei Scrolling-Leveln schon schneiden, weil es halt ansonsten zu lange dauern würde und weil ich nicht selber die Geschwindigkeit bestimmen kann und so. Aber trotzdem, ich werde jetzt mal noch hier einen Versuch gemeinsam mit euch machen. Und wenn ich jetzt wieder scheitern sollte, dann werde ich schneiden. Aber ich will das für Level schon schaffen, weil es ist auf jeden Fall machbar. Also wenn man irgendwie so ein halb unmögliches Level baut, wo irgendwie... Weiß ich nicht genau. Also was halt doof ist, wenn ihr zum Beispiel ein Level baut, wo ganz am Anfang auf der linken Seite ein unsichtbarer Block ist und da ist dann ein P-Switch drin und den muss man das ganze Level über mitschleppen und am Ende braucht man den dann. Und wenn man halt das nicht weiß, dann fragt man sich am Ende her, wo ist der P-Switch? Und man kriegt keine Informationen oder so und nur ihr wisst das. Das ist halt ein bisschen doof dann, weil dann könnt ihr das Level relativ leicht abschließen, aber ich hab halt dann eben keine Ahnung. Und sowas werde ich dann... Also wenn ich einfach nicht draufkomme, was ich tun muss zum Beispiel, auch dann werde ich es jetzt nicht unbedingt auf Teufel komm raus abschließen. Aber ansonsten würde ich eigentlich schon die aller, 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 allermeisten euer Level auch wirklich abschließen. Warum waren da oben jetzt eigentlich Blöcke? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann man da irgendwie auch oben rum entlang gehen oder wie? Ich weiß es nicht. Keinem Lassenschimmer. Ich muss auf jeden Fall gleich dran denken, wenn ich mit der Clowns-Kutsche fahre, dass ich auf jeden Fall nicht in die Stacheln reinrenne, weil ansonsten, dass der Clowns-Kutsche wehtut und ich die dann nicht mehr unter Kontrolle habe und dann irgendwie in Sachen reinfliege. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Ich will am besten mit einem Pilz schon zu Bowser Jr. kommen. Ich kriege zwar bei ihm wieder einen Pilz, das stimmt schon, aber ich kann halt dann quasi zwei Treffer einstecken und erst beim dritten sterbe ich, weil ich kann halt ihn versuchen fertig zu machen erstmal und wenn ich halt dann einmal getroffen wurde, dann kann ich meinen Pilz nehmen und... Ach du Kacke. Und dann habe ich eben zwei Treffer, die ich quasi einstecken kann im Kampf gegen ihn. Okay, wunderbar. So, dann rein da. Und Kampf gegen Bowser Jr. erneut. Mein Gott, kann ich eigentlich auch die Panzer auf ihn werfen? Ich glaube, das geht schon auch, ne? Das müsste ja auch funktionieren. Na, ich habe doch nach oben geworfen. Kann ich hier nach... Ach, komm schon. Kann ich hier noch nicht nach oben werfen in Mario Bros. 3? Eigentlich schon, dachte ich, oder? Keine Ahnung. So, komm her jetzt. Spam. Treffer Nummer 1. Er wirft wieder. Oh Gott. Wo ist er? Nein, jetzt hat er sich versteckt, der Feigling. Nummer 2. Nein. Nein, nein, nein. Jetzt wirft er auch Hämmer. Wie unfair ist er? Komm schon, das ist doch unfair. Und Nummer 3. Okay, geschafft. Bitte, bitte, bitte lass es das Ziel sein. Bitte, bitte, bitte. Wehe, wenn ich jetzt nicht beim Ziel rauskomme. Wehe. Gib mir einfach das Ziel. Gib mir das Ziel. Danke. Danke. Ist mir völlig egal, was da rechts noch für ein Pfeil ist und wo ich da noch hinkomme, ne? Weil das ist eh nur eine Falle oder so. Ist mir völlig egal. Ich habe das Level geschafft. Und bin ganz zufrieden. Oh mein Gott. Das war echt anstrengend. Aber auch ein total cooles Level. Hat mir super viel Spaß gemacht. Stern. Auf jeden Fall. Okay. Dann spielen wir noch ein weiteres Level in diesem Part, würde ich vorschlagen. Und zwar spielen wir eins von, ähm, von wem denn? Von, äh, Falk Dorm können wir eins spielen. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob ich euch alle wieder falsch ausspreche. Wahrscheinlich schon, aber egal. Mal auf jeden Fall ein Level noch und dann machen wir Schluss für den Part. So, und zwar, äh, Basics heißt das Level. Äh, ich weiß nicht genau, ob das jetzt so spektakulär ist, wenn es nur Basics heißt. Aber wir können es ja trotzdem mal spielen. Und mal gucken, wie wir dort so abschneiden werden. Wir schauen mal. Äh, ein Sprungbrett am Anfang. Okay. Und hier ein paar Paracoupas, auf denen ich entlangjumpen muss. Aber in sowas bin ich eigentlich geübt, deswegen soll ich das relativ gut hinkriegen, ja. Also vor allem im NSMB-Style sollte ich sowas schaffen. Da ich ja auch so einige kranke Challenges gemacht habe. Und ihr seid ein bisschen groß, komme ich da rüber? Ja, komme ich. Okay. Und, so, auf den Dinger kann ich Spinjumpen, ne? Glaube ich schon. Ja, kann ich. Wunderbar. Oh Gott. Was mache ich mit dir? Ah, ich hatte den Gumball gebraucht, ne? Verdammt nochmal, warte mal. Aber, ne, der respawnt nicht, ne? Oder respawnt der? Oh Gott, es war knapp. Ich glaube, der respawnt nicht, weil ich ihn besiegt habe. Ne, du, dann nicht, verdammt. Äh, habe ich jetzt mir das Level verbaut schon? Ja, ich glaube, wenn ich da viel Schwung nehme, dann komme ich da auch schon so rüber. Warte mal, ich muss nur aber die letzte Kante erwischen von der Piranha-Pflanze. Hör! Ja, es geht, okay, wunderbar. Gut. Ich glaube, man soll es eigentlich mit dem Gumba machen, aber hat es ja auch noch funktioniert zum Glück. Äh, muss ich da rüber? Also da hoch? Vielleicht. Klappt das? Ja, es klappt, wunderbar. Ja, okay, jetzt ein bisschen Wandsprung-mäßig hier Action machen. Also es ist nur ein Basic... Ach, du Kacke! Nur ein Basic-Level, wo er nur Sachen ausprobiert hat, offenbar. Aber es ist trotzdem eigentlich schon gar nicht mal so einfach und hat eigentlich auch schon trotzdem ganz coole Ideen. Obwohl es nur ein Basic-Level ist. Um Gottes Willen, brauche ich den sogar, um weiterkommen zu können? Wahrscheinlich, ja. Weil ich den hier durchpreschen lassen muss. Das ist eigentlich auch cool, ja. Seht ihr? Also mir gefällt das Level eigentlich sogar schon. Aber wie ich jetzt hier vorbeikommen soll, ist mir nicht ganz klar. Weil nämlich unendlich viele von denen rauskommen. So ungefähr. Ja, nicht so ungefähr. Ja, es kommen nun endlich viele raus. Was mache ich jetzt hier am besten? Ich komme da nicht wirklich durch. Und der Cooper steht auch wieder auf. Ja, ich will den mal hier durchpreschen lassen sogar. Warte mal. Am besten... Äh... Warte mal. Ich muss da ein besseres Timing finden. Jetzt vielleicht. So, jetzt durch. Weil jetzt schaffe ich es auf jeden Fall. Genau, okay. So, hier könnte ich einfach drüber rennen. Aber ich habe gerade nicht genügend Geschwindigkeit. Deswegen traue ich mich das nicht ganz. Und springen ist ja auch okay. Ich meine, auf so einzelne Blöcke draufspringen, sollte ich dann doch noch können. Wieder ein bisschen Spin-Jumpen hier. Und haben wir es gleich geschafft, hoffentlich? Ja, wir haben es geschafft. Okay. Puh. Also war nur ein Ausprobier-Level offenbar. Aber trotzdem eigentlich schon gar nicht so schlecht, finde ich. Also dafür, dass es nur Ausprobieren war, war das schon ganz cool. Von den Ideen her, die er auch hatte teilweise doch. Also dem geben wir auch einen Stern. Wow, schreibt sogar einer. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war es das für diesen Part von Let's Play Super Mario Maker. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffe ich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn dann morgen gleich nochmal mehr Level von euch kommen werden. Also ich habe noch ein paar Leute von euch, von denen ich noch gar keine Level gespielt habe. Ich glaube, da habe ich jetzt noch vier Leute oder sowas. Und dann können wir langsam damit starten, dass ich auch von einigen von euch dann die zweiten und dritten Level und so weiter spiele. Ich habe eh schon nicht bei allen immer die ersten Level genommen, sondern manchmal auch schon das zweite oder dritte oder was weiß ich wievielte. Aber auf jeden Fall, da kann ich dann schon auch ein paar mehr Level von euch spielen. Beim nächsten Mal. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon wieder drauf. Also dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.